Hallo und herzlich willkommen zu Into The Breach. Mit diesem Video bringe ich euch einen Achievements Guide für die Squad Flame Behemoths. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like da. Wollt ihr weitere Achievement Guides oder Playthroughs zu Into The Breach, dann abonniert doch den Channel. Für das erste Achievement, Quantum Entanglement, ist es absolut notwendig, den Teleporter des Swapmechs auf Max Range auszubilden. Denn dann ist es möglich, dass man einen Teleport über vier Felder durchführt. Wie ihr hier seht, es müssen also drei Felder zwischen dem Swapmech und dem Gegner stehen. Und wenn man den dann swappt, dann hat man auch schon das Achievement. Die nächsten beiden Achievements haben beide etwas mit Feuer zu tun. Und da ist es ratsam, wenn man den Flamethrower des Flamemechs auf Max Range ausbaut. Ein kleines Zuckerl ist es noch, wenn man vielleicht den Meteormech mit seinem Backburn ausstattet. Für das Achievement Scorched Earth ist es nun notwendig, dass man insgesamt zwölf Felder in einer Mission am Brennen hat. Dies erreicht man, indem man einfach mit dem Flamethrower über drei Felder seinen Flamethrower einsetzt und immer ordentlich mit dem Meteormech Felder ins Brennen bringt. Dieses Achievement erreicht man erst am Ende der Mission. Das ist ganz wichtig, nicht schon während der Mission. This is fine hat ebenfalls mit Feuer zu tun. Und hier muss man es schaffen, insgesamt fünf Gegner gleichzeitig unter Feuer zu haben. Hier in dem Beispiel sieht man, es sind bereits vier unter Feuer. Ich versuche den fünften unter Feuer zu setzen, was hier der Burrow ist, aber da der sofort untertaucht, passiert es nicht. Und deswegen swappe ich als Letzten den Psyon ins Feuer und dadurch habe ich dann noch fünf am Brennen und bekomme das Achievement. Das war es schon mit dem Achievements Guide zu den Flame Behemoths. Bald gibt es weitere Achievements Guide. Bis dahin, man sieht sich. Ciao.